Die Rentnerpartei Deutschland ist eine deutsche Kleinpartei, die 2002 gegründet wurde. Programmatik Die Programmatik der Rentnerpartei Deutschland konzentriert sich auf die Politikfelder Altersvorsorge, Gesundheit, Bildung. Zu anderen Politikbereichen sind die Aussagen in Arbeit. Generell ist die Programmatik der Partei auf eine Absicherung des Ruhestandes für alle Generationen und die Erhaltung der Sozialpolitik des Staates. Ausgerichtet Im Bereich der Altersvorsorge gehört die Forderung nach einer Reform der gesetzlichen Rentenversicherung zu den Kernaussagen. Hier wird neben dem Wegfall der Beitragsbemessungsgrenzen und Rentenformeln sowie die Doppelbesteuerung der gesetzlichen Rente eine unabhängige Selbstverwaltung der Rentenversicherung als Lösung angeboten. Geschichte Die Partei wurde im Jahre 2002 vom damals 69-jährigen Horst Schüler in Kassel gegründet. Im Gegensatz zur damals bereits bestehenden Partei Die Grauen beschäftigten sich Schüler und die Rentnerpartei nicht mit Altersdiskriminierung, sondern konzentrierten sich auf das Thema Rentenversicherung. Zur Europawahl 2009 stellte sich die Partei erstmals zur Wahl. Mit 212.501 Stimmen kam die Partei auf einen Anteil von 0,8%. Obwohl das Bundesverfassungsgericht 2012 die 5%-Hürde bei Europawahlen für verfassungswidrig erklärte, wurde die Sitzverteilung nicht rückwirkend geändert, weshalb die Rentnerpartei kein Mandat bekam. Allerdings hat sie die Hürde der Parteienfinanzierung übersprungen. Bei der Bundestagswahl 2009 erzielte die Rentnerpartei 0,1%. In den Jahren 2009 und 2010 wurde zwischen der Rentnerpartei und der konkurrierenden Rentnerinnen und Rentnerpartei über eine Fusion verhandelt. Auch mit den Parteien Deutsche Demokratische Partei und Allianz der Mitte wurden Gespräche über eine Vereinigung geführt. Bei der Landtagswahl im Mai 2010 in Nordrhein-Westfalen wurden die Rentner von der RRP unterstützt. Im Sommer 2010 wollten die Bundesparteitage beider Parteien die Vereinigung beschließen. Die Fusion kam aber nicht zustande. In der Folge kam es zu vermehrten Übertritten zum Teil ganzer Verbände von Rentnerpartei zu RRP und umgekehrt. Im Herbst 2013 kam es zu internen Streitigkeiten, sodass ab November 2013 zwei Bundesvorstände bestanden, die sich jeweils für den legitimen Vorstand hielten. Vorsitzende waren Rainer Liermann bzw. Ronald Hader. Zur Europawahl in Deutschland 2014 reichten beide Gruppen Landeslisten ein, konnten aber beide nicht die notwendigen Unterstützungsunterschriften sammeln. Schließlich benannte sich die Gruppe um Liermann in Partei für Rentner und Familien um. Im April 2014 wurde Günther Pfeiffer neuer Parteivorsitzender. Wahlen Die Rentnerpartei Deutschland trat bei der Europawahl 2009 in Deutschland an. Sie erhielt dort 212.113 Stimmen und erzielte damit ein Ergebnis von 0,8%. Zur Bundestagswahl 2009 trat die Partei in den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordrhein-Westfalen mit Landeslisten an. In Bayern scheiterte sie an fehlenden Unterstützungsunterschriften. Weiterhin nahm die Partei an der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2009 teil. Beiden Listen der Rentnerpartei Deutschland wurde die Teilnahme an der Europawahl in Deutschland 2014 durch den Bundeswahlausschuss am 14. März 2014 versagt.